Wie geht es euch? Also, liebe Schülerinnen und liebe Schüler, ich informiere euch, dass wir in der Starschool Akademie schon seit dem 1. September 2022 schon die Unterricht begonnen haben. Und diejenigen, die bei mir deutsche Kurse haben wollen, können sie direkt in Kontakt mit der Starschool Akademie Schule treten. Also, vergessen Sie nicht, zahlreicher zu kommen und ich warte auf euch. Tschüss.